Servus Fußballfreunde, heute testen wir Hürden für euch, die sind sehr praktisch, weil man sie verstellen kann. Genau, dazu aber jetzt näheres im Video und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Die Hürden haben auf uns einen sehr guten Eindruck gemacht, denn dadurch, dass sie in ihrer Größe verstellbar sind, kann man sie vielseitig einsetzen. Zum Beispiel hier kann man sie ganz flach lassen, um sie zu transportieren. Oder die flache Einstellung, um mit schnellen Schritten durchzulaufen. Oder die höhere Einstellung, um seine Sprungkraft zu prämieren. Also vielseitig einsetzbar, top. Musik 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 Wenn ihr euch überzeugt habt, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die Hürden nochmal anschauen. Wir hoffen euch hat das Video gefallen, danke an den Kickertreff Augsburg, dass wir drehen durften. Wir sind raus. Peace.